Lass uns über den besten Weg reden, um in 2022 und auch mit Blick auf 2023 dein Online-Business aufzubauen und zu skalieren. Egal in welcher Situation du bist, egal ob du E-Commerce-Inhaber bist, Agenturgründer, ob du Affiliate-Marketing machst oder, oder, oder. Dieses Video soll dir klar zeigen, wie du auch schaffst, in 2022 dein Online-Business aufzubauen bzw. eben noch größer zu machen. Wie in jedem Geschäft ist dein größter Need Neukunden. Du brauchst Neukunden, damit dein Geschäft weiterhin läuft, damit du wachsen kannst, damit du überhaupt erstmal Cashflow generierst. Wenn wir uns allerdings mal so ein bisschen die Entwicklung von Paid Ads anschauen, was momentan vor allem in den letzten 3-4 Jahren der primäre Treiber war von vielen, vielen Online-Businesses da draußen, dann wird uns schnell bewusst, dass die CPM-Entwicklungen, also die Kosten, die wir investieren müssen in die Plattform, um eine gewisse Anzahl von Menschen zu erreichen und im Endeffekt auch Käufe zu generieren, immer, immer teurer werden. Deswegen haben sich eben auch viele Kunden von uns dazu entschieden, beispielsweise TikTok-Ads mit zu implementieren. Aber auch hier muss man ehrlich sein, es ist am Ende des Tages auch nur eine Social-Media-Plattform, eine Werbeplattform, die man benutzen kann, um eben seine Produkte zu verkaufen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis hier eben dasselbe Dilemma besteht, wie auch bei Meta, bei Google und bei allen anderen Werbeplattformen. Angebot und Nachfrage, ganz normal, wie es eben am Markt herrscht. Und da stellen sich natürlich dann viele Firmen und auch viele Personen die Frage, wie können wir in Zukunft unser Wachstum absichern? Wie können wir uns ein bisschen unabhängiger machen von Werbung? Ich muss an der Stelle allerdings klar sagen, dass Werbung an sich nicht aussterben wird. Es ist nur gut, wenn man additional zu der Werbung natürlich schaut, wie können wir eben beschleunigt wachsen und was für Wege gibt es noch? Und genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Wie ich gerade schon erwähnt habe, versuchen jetzt immer mehr Firmen sich darauf zu fokussieren, wie können wir vielleicht ohne Werbung Umsätze generieren? Dabei fällt ein sehr großer Fokus eben auf das Feld organische Sales. Also beispielsweise auf Dinge wie SEO, TikTok organische Posts zu machen, einen Account zu erstellen, auf Instagram Beiträge zu publizieren oder, oder, oder. Eben alles, was mich mehr Zeit benötigt und weniger Geld. Die Sache ist allerdings, dass sehr viele Firmen es eben auch auf dieser Firmenbasis machen. Das heißt, sie bauen sich ein gewisses Branding als Mark auf. Wenn wir uns große Marken, die wir kennen, nehmen zum Beispiel einen Gymshark, einen Nike, einen Apple. Das sind alles eben Firmenmarken, die sehr, sehr bekannt sind. Ja, wir kennen diese Marken weniger, allerdings die Personen, die dahinter stehen. Ich habe aber vor allem recherchiert und geguckt, welche Firmen haben vor allem in den letzten drei bis fünf Jahren besonders viel Erfolg gehabt, haben eine besonders hohe Bewertung, besonders hohen Umsatz, obwohl sie ziemlich wenige Mitarbeiter haben. Und da ist mir schnell bewusst geworden, es sind vor allem Leute wie Kylie Jenner, The Rock, Mr. Beast. Wie kann es sein, dass sie nur einen Bruchteil an Mitarbeitern haben, wie viele andere Firmen, allerdings den zehnfachen Umsatz machen von anderen? Und genau das eben habe ich mir im Detail angeschaut. Der Grund hierfür ist relativ ersichtlich. Es sind nämlich die Medien, beziehungsweise die Bekanntheit dieser einzelnen Personen, die dafür sorgen, dass quasi morgen ein Mr. Beast sagen kann, ich bin anstelle X, beziehungsweise ich baue Business Y auf. Und er wird jetzt schon wissen, dass er, wenn er das Ganze startet, eine Vielzahl an Kunden neu gewonnen hat. Das heißt, das Unternehmen ist eigentlich zum Erfolg verdammt. Wenn wir uns die derzeitige Marktlage anschauen, ja, viele drehen ihre Spends runter, weshalb gleichzeitig auch viele kleinere Firmen wieder sich dazu entscheiden, Werbung aufzudrehen, worin natürlich wir als Unternehmen immens profitieren, muss man dennoch sagen, dass Personal Branding wichtiger ist denn je. Das hat extreme Wachstumshebel, wie ich gerade gezeigt habe. Du kannst theoretisch zwei Mitarbeiter haben, allerdings drei Millionen Follower, beispielsweise auf Instagram, machst einen Livestream, wo du ein neues Produkt vorstellst und machst innerhalb von 24 Stunden so viel Umsatz wie viele E-Commerce-Firmen da draußen innerhalb von einem gesamten Jahr. Einfach nur aufgrund deiner Bekanntheit, obwohl du nicht zwingend mehr Schlagkraft hast. Deine Schlagkraft ist in dem Moment deine Bekanntheit. Das Tolle an einem Personal Branding ist natürlich außerdem, dass du deutlich greifbarer bist als eine reine Markenname, also jetzt im Sinne von einer Firma. Die Firma ist wenig greifbar, wie ja zum Beispiel auch dich als Person. Du hast vielleicht Ähnlichkeiten, sagst vielleicht, okay, dann kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, aber so oder so, ich bin greifbarer als einfach nur, ich sage mal, eine Firma. Außerdem ist es natürlich so, dass du deutlich geschäftsunabhängiger bist. Das heißt, blicken wir mal in die Zukunft, vor allem solche Dinge wie YouTube. Allgemein Personal Branding ist natürlich ein sehr Long-Term-Game. Wir reden hier teilweise von vier bis zehn Jahren, um das wirklich erfolgreich aufzubauen. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du in vier bis sechs Jahren zum Beispiel noch weitere Unternehmen gründest, vielleicht andere Vorhaben hast und hast du dort einen neutralen YouTube-Account, der mehr personenbezogen als geschäftsbezogen ist, bist du natürlich auch geschäftsunabhängiger und kannst diese Reichweite auch für verschiedene Unternehmen verwenden. Wichtig an der Stelle ist allerdings, um mal ganz klar zu sagen, dass Personal Branding oder allgemein das Thema Branding nicht das Erste sein sollte, was du machst. Denn meistens dauert es vier bis zehn Jahre, bis es überhaupt erstmal so greift, dass es auch wirklich Einnahmen generiert für dich. In diesen ersten vier Jahren, sag mal in den ersten drei Jahren, musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass das Unternehmen trotzdem wächst. Und da ist meine ganz klare Empfehlung und da gibt es zum jetzigen Stand in meinen Augen keine bessere Lösung als eben PPC-Marketing, das heißt bezahlte Werbungen wie Facebook, TikTok-Ads, Google-Ads. Das ist ein deutlich beschleunigter Staat. Du brauchst noch keine existierende Brand, um damit Erfolge zu erzielen, weshalb eben auch sehr, sehr viele Firmen zu uns kommen, um eben das Unternehmen wirklich erstmal einen guten Cashflow auszustatten, dafür zu sorgen, dass es erstmal stabil am Markt steht, etabliert ist, gegenüber der Konkurrenz überhaupt mithalten kann oder vielleicht sogar überholen kann schon in erster Linie. Und dann solltest du schauen, dass Personal Branding eben mit integriert wird, beziehungsweise wenn du es ab jetzt schon machst, was natürlich empfehlenswert ist, weil wie ich schon gesagt habe, es braucht eine lange Zeit, bis es erstmal richtig ins Rollen kommt, hat dann aber einen immensen Hebel, wie ich schon gezeigt habe, dann solltest du schauen, dass trotzdem dein Fokus nicht all in Personal Branding geht, sondern eben primär erstmal in das Thema beschleunigtes Marketing, Direct Response Marketing, wo kriege ich eben schnelle Resultate und parallel gering und mit der Zeit halt immer größeren Fokus dann auch ins Thema Personal Branding investieren. Wie sollte also dein Action Plan sein von hier an? In erster Linie, schau, dass du ein System schaffst, was du dir vorstellen kannst, ein Jahr durchzuziehen für das Thema Personal Branding. Das heißt, sei nicht zu optimistisch, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ich mache zum Beispiel sieben LinkedIn-Beiträge pro Woche, noch zwei YouTube-Videos, noch irgendwie zehn TikToks in der Woche. Das wirst du vor allem, wenn du allein am Anfang bist, nicht hinkriegen, außer du hast ein Team für das Thema. Dann zweitens, schau, dass du das Ganze umgesetzt bekommst, da eine gewisse Konstanz aufbaust, aber vor allem schaust, dass du eben so schnell wie möglich mit PPC-Marketing anfängst, also bezahlte Werbung zu integrieren, damit du einfach schnelle Resultate erzielst und dann eben auch die Möglichkeit hast, überhaupt in späterer Instanz auch konstant dafür zu sorgen, dass du dein Personal Branding pflegen kannst. Denn wenn wir uns jetzt Schritt 3 anschauen, das ist nämlich dann das Thema, auch ein Team aufzubauen, um die Thematik zu schauen, wie kann man halt Personal Branding wirklich ein System reinkriegen, eine Maschinerie, damit es langfristig eben auch konstante Einnahmen generiert, damit es das Unternehmen unabhängiger macht von den anderen Marketing-Kanälen, vielleicht auch mal ein Blick auf Exit, den Multiplikator, also den Wert des Unternehmens steigert. Da muss man schauen, obwohl bei Personal Branding-Geschichten, dass mit dem Exit sowieso immer noch mal ein bisschen kritischer ist, weil es sehr markengebunden ist, also personengebunden. Nichtsdestotrotz für dich als Person, der das Unternehmen leitet, ist Personal Branding eben immer sehr sinnvoll, weshalb man da eben schauen kann später auch, dass man da ein Team einstellt. Geht allerdings nur, wenn noch ein gewisser Cashflow besteht, was eben durch PPC-Marketing sehr, sehr gut abgesichert werden kann. Ich denke, die Message ist angekommen. Personal Branding war noch nie wichtiger denn je, das zu addieren, ja, mit PPC-Marketing eben zu summieren und eben langfristig zu schauen, dass dadurch eben einfach man sich unabhängiger macht von anderen Plattformen. Wenn du allerdings momentan noch nicht an dem Punkt bist, wo Branding dein einziger Hebel nur noch ist, solltest du natürlich erstmal ins Gespräch mit uns gehen und deine derzeit die PPC-Ads-Situation betrachten, schauen, ob man da eben erstmal noch Fehler findet, gewisse Wachstumsblockaden, wo man reingehen kann, ja, wo unser Team reingeht und schaut, okay, wie kriegen wir dich schneller zu dem Punkt, dass du vielleicht auch frühzeitig schon das Personal Branding-Thema auch mehr und mehr investieren kannst. Davon muss aber einfach genügend Profit im Unternehmen generiert werden. Aber genau das ist eben unser primärer Fokus als Team. Ja, nichts anderes machen wir eigentlich tagtäglich. Also an der Stelle, wenn du eben ein E-Commerce-Unternehmen hast und schauen möchtest, wie können wir eben vor allem den Umsatz als auch den Profit auf ein weiteres Level heben. Selbst in den derzeitigen etwas schwierigen Situationen, obwohl wir natürlich auch gerade uns in Q4 befinden, nichtsdestotrotz, man darf nicht drüber hinwegschauen, dass eben der Konsumindex niedriger denn je ist, zumindest wenn man die letzten Jahre betrachtet und damit das dir eben nicht so geht wie manch anderen E-Commerce-Firmen. Such einmal das Gespräch zu uns. Ansonsten, wie immer, liebe Grüße aus der Prinetz und bis zum nächsten Video. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Bis zum nächsten Mal.